Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal hier bei Jogis Technik Ecke. Vielleicht hat Windows euch auch schon mal mit der immer wiederkehrenden Meldung genervt, dass eure Festplatte voll ist, beziehungsweise bald zu Neige geht. Das kann zwar ganz hilfreich sein, der Hinweis kann aber auch, wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass unsere Festplatte oder eine bestimmte Partition, also ein bestimmter Teil unserer Festplatte voll ist, voll sein soll, dann kann diese Meldung durchaus sehr lästig sein. Deshalb möchte ich euch heute zeigen, wie ihr diese Meldung von Windows 7 abschalten könnt. Dazu gehen wir am besten in den Registrierungseditor. Den erreichen wir, indem wir auf Start gehen und hier unten in die Suche oder unter Ausführen Regedit eingeben. Ganz genau so. Dann öffnet sich der Registrierungseditor von Windows und wir navigieren mal in die Kategorie Haki Current User. Ganz genau diese hier. Die öffnen wir. Dann gehen wir weiter in die Kategorie Software rein. Scrollen ein bisschen runter zur Kategorie Microsoft. Scrollen nochmal ein bisschen runter zur Kategorie Windows. Dann zum Ordner Current Version hier. Den öffnen wir nochmal und haben dann schließlich einen Unterordner Policies. Und da können wir drauf gehen und schauen uns mal die Ordner Inhalte an. Die sehen wir jetzt hier auf der rechten Seite. Und da können wir jetzt hier mal auf einen leeren Bereich klicken in der rechten Seite und sagen dann hier neu. D-Wert Wert 32 Bit. Den legen wir jetzt also an in diesem Ordner Policies. Und diesen D-Wert Wert, den benennen wir jetzt wie folgt, nämlich No Low Disk Space Checks. No Low Disk Space Checks. Also keine Checks bei niedrigem Speicherplatz. Wir drücken Enter, um diesen D-Wert Wert anzulegen. Und wir klicken den mal doppelt an, um dem dann den Wert 1 zu verleihen. Den tragen wir hier in das Feld ein 1. Klicken auf OK. Damit ist eben diese Einstellung No Low Disk Space Checks aktiv. Könnt ihr jetzt hier sehen 1. Wir können den Registrierungs-Editor schließen und werden spätestens nach einem Windows-Neustart nicht mehr von diesen kleinen Meldungen belästigt. Ja, ich hoffe das Video hat euch weitergeholfen. Wenn dem so war, würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung sehr freuen. Oder natürlich auch über ein Abo auf meinem Kanal. Das motiviert mich immer weiterzumachen. Ich danke euch für eure Zeit und bin raus. Macht's gut vom Jogi285. Ciao, ciao.